Als ich Soldat war, die Gendarme haben meine Mutter getötet. Sie waren in meinen Kindern gefeuert. Ich bin verletzt. Sie haben ihre Identität genommen. Sie sind eine Wettbewerb. An der Hossens haben die Augen geschniffen. Sie haben sie verletzt. Ich habe sie seit Jahren versucht. Wo bin ich? Wie soll ich dich? Ja? Vielen Dank.